Rehm Thermal Systems stellt dieses Jahr die neue VXP Plus auf der Messe aus. VXP Plus ausgestattet mit einem energiesparenden System, das heißt doppelte Isolation, was uns eine Energieeinsparung von über 20 Prozent bringt und damit gepaart auch ein integriertes Vakuum-Modul, wo wir die Void-Reduktion unter 2 Prozent reduzieren können. Benefit für unsere Kunden, eine gepaarte klassische Reflow-Produktion mit der Möglichkeit auch einen Vakuum-Prozess in dem klassischen Inline-Konzept zu realisieren. Des Weiteren stellen wir hier auf dieser Messe unsere neue selektiv-konforme Coating-Linie vor. Einziger europäischer Lieferant, der diese Linie komplett mit dem integrierten Handling, mit der integrierten Dispenser-Einheit, sprich Lackierung und dem gepaarten Trockner realisieren kann. Dieses Prozess-Know-how haben wir mit unserem Partner schon über 30 Jahre inne und heute jetzt realisiert in einer Komplettlösung, was alles aus einer Hand, alles aus einer Hand von Rehm bedeutet. Des Weiteren präsentieren wir auch dieses Jahr die Condenso X, eine Erweiterung, die Condenso XS, das heißt die Dampfphase mit dem kleinsten Footprint auf dem Markt, mehr als 25 Prozent kleiner, gepaart aber auch für große Boards, 650 Millimeter mal 650 Millimeter bis zu 20 Kilogramm realisierbar. Spezieller Einsatzbereich in der Power Electronics neuen eDrive eMotors, wo heutzutage auch ein zukunftsträchtiger Markt für uns und unsere Partner bildet. Die Trends der Zukunft liegen ganz klar, ein energetisch sparendes System zu haben mit den gleichen Prozessergebnissen, weil Energie wird von Tag zu Tag teurer, was natürlich auch unsere Kunden betrifft, die die Maschinen im weltweiten Einsatz haben. Genauso ein weiterer Punkt ist die Wartungsfreundlichkeit und die Bedienfreundlichkeit. Heutzutage ist es verstärkt ein Thema, diese Anlagen benutzerfreundlicher, einfacher bedienbar. Dieses Fachpersonal ist nicht mehr heutzutage gegeben wie vor Jahren und heutzutage hat REM dafür die Lösungen gepaart mit einer einfach bedienten Software und Wartung mittels unserer Pyrolyse. Industrie 4.0 hat bei REM schon begonnen. REM bietet in Kooperation mit unseren Partnern ein neuartiges PALS-System. Das heißt, die Daten der verschiedenen Anlagensysteme werden untereinander ausgetauscht und zentral zur Verfügung stellt auf einem sogenannten PET, wo der Operator oder Produktionsanlagenbediener zu jeder Zeit an jedem Ort eine Anlageübersicht bekommt. Von der kompletten Linie angefangen über Störmeldungen, Wartungsintervalle als auch die Produktionszahlen zur Auswahl. Industrie 4.0 bedeutet für uns, dass wir die Maschinen präparieren für eine Kommunikation mit dem Produkt und REM spricht nicht darüber. REM hat mit unserem Partner dieses Thema schon adressiert und auch hier neuartig präsentiert.